Willkommen meine Damen und Herren zur ersten Ausgabe des JL TV Yogas. Herzlich Willkommen. Wir haben heute den Grundkurs, den Kurs zur inneren Ruhe. Wenn die Zeit bei der Ruhe keine Rolle spielt, spielt sie keine Rolle. Das ist die erste Lebensweise eines JL Yoga Masters. Die erste Übung, die ich Ihnen heute zeigen werde, ist der Arm. Leon, zeig uns den Baum. Das ist eine Kuh, Leon. Das ist ein Hautleer. Das ist der Baum. Dankeschön. Als nächste Übung zeige ich Ihnen den Hund. Wir sehen nach rechts, den Blick gerade. Wir beugen die Knie und strecken die Arme ganz weit von uns weg. Danach kippen wir nach vorne. Begeben wir uns nun in die allgemein gut bekannte Hundstellung. Um dieses Erlebnis zu vertiefen, wird der Laut Wuff sehr empfohlen. Machen wir es noch einmal gemeinsam von Anfang an. Wir drehen uns zur Seite. Strecken die Arme weit von uns weg. Gehen in die Knie. Beugen uns nach vorne. Gehen in die typische Hundestellung. Und geben den Laut Wuff von uns. Leon, zeig uns nun bitte den Hund. Leon, das ist ein Sofa. Leon, das ist ein Gartenschlag. Leon, das ist deine Großmutter. Danke, Leon. Das war der Hund. Leon, das ist ein Gartenschlag. Das war der Hund.